Wir sind maßgeblich täglich im Audio, Video und medientechnischen Bereich und haben praktisch eigene Produkte im Audio-Bereich, speziell im Bereich der Signalverteilung und für digitale Mischpulssysteme. Für uns wesentlich ist hier jetzt im Landkreis Bamberg, wir haben eine sehr gute Verkehrsanbindung, vor allem auch die zentrale Lage. Wir liegen hier im Zentrum Deutschlands und haben zumindest jetzt für deutsche Projekte den Vorteil, dass wir alle Standorte in Deutschland an einem Tag praktisch erreichen können. Wir haben dann vor allem auch eine gute Anbindung an das Ballungszentrum Erlangen-Nürnberg, speziell dann für Mitarbeiter, aber natürlich auch an die Universitätsstandorte jetzt speziell Erlangen-Nürnberg, dann Bamberg, Coburg, Schweinfurt.